Sie wollen sich scheiden lassen. Da gibt's leider ein kleines Problem. Um sich scheiden zu lassen, müssten Sie eigentlich verheiratet sein. Ach. Und da haben wir wirklich ein Problem. Wir können nämlich gar nicht ausstehen. Und das ist ja kaum eine solide Basis für eine Ehe, oder? Ja, so ist nun mal das Scheidungsrecht. Da kommen wir nicht drum rum. Sie meinen, wir können uns nicht scheiden lassen, nur weil wir nicht verheiratet sind? Exakt. Aber wir können nicht heiraten. Der da ist ja noch mit Jutta verlobt. Das ist doch gar nicht so schwer. Dann trennen Sie sich einfach von dieser Jutta. Ja, ich will mich nicht von Jutta trennen. Ich will die da nicht. Und ich den nicht. Ich bin ja schließlich mit Martin zusammen. Also ich mach Ihnen einen Vorschlag. Sie gehen einfach getrennter Wege. Wie stellen Sie sich das denn vor? Einfach getrennter Wege zu gehen, nach all den Jahren? Schon wegen der Kinder nicht. Ja, aber wenn Sie nicht verheiratet sind, kann ich nichts für Sie tun. Tut mir leid. Also gut. Dann heiraten wir eben, du alte Schlampe. Okay, du blöden Mann. Dann aber richtig. Standesamtlich. Und kirchlich. Und du kommst gefälligst in Weißen. Das ist klar, du Flitsche. Und ich will eine Hochzeitsmede im Luxushotel. Das ist schließlich der schönste Tag in unserem beschissenen Leben. Und ich könnte Ihnen einen Ehevertrag aufsetzen. Sind Sie bescheuert oder was? Wenn man sich liebt, dann kommt so etwas überhaupt nicht in Frage. Jetzt komm. Na los, Alter. Noch einmal und du bist tot. Ach, Luftpumpe. Was mit dir an? Wie geht es und ich bin. Und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, doct. Vielen Dank. Vielen Dank.